Wenn ich in der Scheinung trete, fährt mir plötzlich was auf den Kopf. Jemand beißt mir ja ins Knie und schenkt mir mit leuchtenden Augen einen Schnellkochtopf. Denn die Vergangenheit, die ist noch lange nicht vorbei. Wir sind schon befroren, wir sind zu hoch, die Kohlekleklette frei. Ich hätt' so gern'ne Revolution mit dir gemacht, den Aufstand geprobt. Den Feind ausgemacht Der Widerstand steht mir gut und die Zitrone hat noch Sack Ich bin ein Tischlein, deck dich mit den Händen der Kraft Beautiful Girls Beautiful Girls Beautiful Girls Beautiful Girls Girls Beautiful Girls Beautiful Girls Beautiful Girls Beautiful Girls Beautiful Girls Untertitelung des ZDF, 2020